ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier bei uns auf youtube und heute zur zusammenfassung der zweiten gruppe des cloud cups in dieser gruppe megabit eisvogel bny und erne von viel fifa mit am start wobei auch hier wie in der vorhergegangenen gruppe gab es einen ausfall in dem fall erne der konnte leider an diesem spieltag nicht teilnehmen um eben seinen youtube oder seiner youtube anhängerschaft seine rewards rechtzeitig zu präsentieren konnte ich vollkommen nachvollziehen ist sein job dementsprechend absolut in ordnung kommen wir kurz noch mal zur gruppe und zu den spielen die wir euch hier heute vorstellen werden megabit gegen bny das erste match match nummer zwei bny gegen eisvogel und das dritte spiel dann eisvogel gegen megabit wie gesagt spiel 1 2 und 3 von erne in dem fall verlegt werden wieder offstream gespielt sollte es möglich sein dort an video material zu kommen und sollte es rechtzeitig kommen bzw spiel auch rechtzeitig nachgeholt werden so dass man auch zeit hat die zu bearbeiten werde ich versuchen diese spiele nachzuliefern ansonsten gibt es nicht wirklich viel zu sagen megabit vielleicht der favorit dieser gruppe eisvogel mit einem überragenden team das werden wir gleich auch noch mal sehen und ja burhan vielleicht so ein bisschen der in anführungsstrichen außenseiter auch das vielleicht etwas an seinem team gelegen das werden wir gleich sehen und ich würde sagen wir gehen in spiel 1 und ich wünsche euch viel spaß damit also match 1 megabit gegen burhan und wir sehen es hier schon von der team stärke rein von der team stärke megabit natürlich weiter vorne mehrere ikonen mit im team burhan hat es noch mal kurzfristig umgestellt um dort am ende zumindest mal cristiano ronaldo im team zu haben ob das die richtige entscheidung war kann ich hier nicht unbedingt sagen das spiel hat so ein bisschen gebraucht um in fahrt zu kommen aber dann wurde es bitter drei vier passstationen und dann war er drin dreizehnte spiel minute eins zu null für megabit und das sollte sich in halbzeit eins wie ein roter faden durch diese partie ziehen megabit mit dem nächsten angriff wieder eine schöne kombination wieder vom tor zwei zu null burhan hatte ein bisschen probleme hier megabit in die schranken zu weisen der kam immer wieder mit schönen stationen und dann auch diese abschlüsse hier burhan spekuliert ein bisschen aufs lange eck nimmt den torhüter daraus megabit macht es gut und macht hier mit dem dritten schuss das 3 zu 0 burhan hat noch mal versucht irgendwie ranzukommen aber die abschlüsse waren nicht gut dann diese szene wir kennen es wenn man hier ein restream drin hat wie gesagt ein bisschen abhängig davon was man bekommt und wieder stand megabit vom tor und erneut gab es einen treffer aber halbzeit eins war hier auch noch nicht beendet megabit mit dem nächsten anlauf megabit mit der nächsten möglichkeit kam über das dribbling fand wieder die passstation in der mitte und wieder der torabschluss fünfter torabschluss in halbzeit eins fünfter treffer dicke klatsche hier in halbzeit eins für burhan der stemmte sich gegen diese hohe niederlage in dieser gruppenphase aber fand keine echte möglichkeit auf beiden seiten dann die chance in oder her aber keine treffer oftmals waren sie daneben hier war es mal abseits bis zur 76. spielminute sorry das war es noch nicht auch der ging noch mal am tor vorbei bis zur 78. spielminute so war es und dann kam noch mal lionel messi für megabit und der machte hier das 6 zu 0 ein insgesamt verdientes ergebnis vielleicht ein bisschen hoch weil auch nahezu jeder schuss von megabit vor allen dingen in halbzeit eins reinging danach gab es noch die eine oder andere möglichkeit aber es gab keinen treffer mehr und somit beendeten wir hier das spiel mit 6 zu 0 die ersten drei punkte für megabit und eine dicke klatsche für burhan das zweite spiel für bny diesmal gegen eisvogel und das gegnerische team wurde noch mal deutlich stärker burhan hatte gelernt aus spiel eins stellte deutlich defensiver sehen wir gleich auch an den einstellungen und versuchte natürlich hier so gut wie möglich erstmal defensiv zu stehen und dann nach vorne akzente zu setzen das funktionierte zehn minuten gut und dann kam eisvogel und kam hier über rechts über best und das war überragend gemacht und dieser chip den machst du nicht immer so aber das war eiskalt wie ein eisvogel und damit eben das 0 zu 1 für ihn es gab dann noch diese chance hier aber gut gehalten von manuel neuer viel passierte nicht burhan hatte hier noch mal vor der halbzeit diese möglichkeit wenn er den quer legt steht hier eins zu eins und dann gibt es vielleicht die ein oder andere möglichkeit das spiel anders ausgehen zu lassen nichtsdestotrotz wie gesagt relativ chance in arm wir sind schon in der 70 spiel minute das war abseits und dann gab es noch die ein oder anderen möglichkeiten für beide spieler allerdings ohne tor erfolg und dann waren wir schon in der schlussphase möglichkeit für burhan hier noch mal gut gehalten und dann die anschließende ecke kurz ausgeführt in die mitte gegangen mit martins schönes dribbling auch hier eisvogel etwas zu aktiv drauf ball in die mitte ball drinnen eins zu eins und das zugleich auch der endstand es gab nämlich keine möglichkeit mehr für eisvogel hier irgendwas an diesem ergebnis zu ändern und somit teilen sich die beiden die punkte ein erfolg für burhan an dieser stelle eisvogel wird sich ärgern zum schluss dieses ding noch mal kassiert zu haben spiel nummer drei eisvogel gegen megabit megabit mit breiter brust starker sieg in spiel eins eisvogel musste im ersten spiel erst mal das ding hinnehmen das eins zu eins und damit vielleicht auch noch ein bisschen wichtiger hier an punkte zu kommen nichtsdestotrotz musste er noch mal gegen den gruppenfavoriten ran megabit mit dem anstoß und das ganze nahtlos wir wissen wie das ganze in fifa aussieht man muss vernünftig konzentriert verteidigen aber manchmal hilft selbst das nicht hier kommt dann nicht an den ball und megabit richtet sich nicht mal richtig aus 1 0 früh in der partie szene zwei wieder megabit hier nicht mit dem tor erfolg in minute 18 dann dieser freistoß und auch das habe ich oft in den fifa 18 videos gesagt wenn man einen freistoß aus dem halbfeld hat ist das auch deutlich vom vorteil weil auch da die verteidigung relativ ungeordnet steht george best kommt hier ran macht das zwei zu null und megabit wieder in führung eisvogel mit der antwort aber der ball nicht drinnen noch mal eisvogel über erneuen flanke kommt ronaldinho per kopf aber auch das kein tor erfolg eisvogel wehrte sich er wollte unbedingt und dann waren wir kurz vor ende der ersten halbzeit und er kam über viera ball noch mal nach oben auf huan fran schaut wo kann er hin der ball mit ein bisschen glück angekommen hullet aus der drehung anschlusstreffer vor der halbzeit nach dem seithin wechsel ein ähnliches bild eisvogel mühte sich und megabit kam über dem markus seedorf seedorf auf kleuwart kleuwart mit dem verkackten time finish aber mit dem treffer vier zu eins knifflige drei zu eins entschuldigung knifflige situation hier jetzt für eisvogel der erneut weiterhin gas gab der versuchte hier irgendwie einen treffer zu machen aber wieder megabit mit dem angriff kleuwart ball in die mitte auf leo messi der time finish wieder nicht geklappt aber ball erneut drinnen 80 spiel minute wieder die möglichkeit wieder courtois in der 82 spiel minute kam eisvogel noch mal wieder erneut aber erst mal ball weg erneut den ball zurückgeholt erneut stark gemacht mit der schussantäuschung ball drinnen vier zu zwei ergebnis verkürzt aber viel ging da nicht mehr es gab noch die ein oder andere chance auf beiden seiten aber am ende hat es nicht mehr für eisvogel gereicht megabit nimmt hier drei weitere punkte mit eisvogel muss ich erst mal mit einem punkt in dieser gruppe zufrieden geben und hier sehen wir den aktuellen tabellen stand dieser gruppe sechs zu null für megabit gegen bny dann das eins zu eins auch hier muss man sagen trotz der krassen unterschiede der teams bny hat sich darauf bedacht in diesem spiel defensiv zu verhalten hat das gut hinbekommen und seine letzte chance noch mal genutzt ausgleich dementsprechend für beide noch die chance hier diese gruppe zu überstehen megabit mit sechs punkten momentan auf platz eins und damit sicher durch egal was passiert in den letzten drei spielen gegen erne ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe euch hat dieses video wieder mal gefallen wenn ja lasst einen daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten video bis zum nächsten video